Hallo hier ist euer Robobox28 zurück bei Half-Life 2 und ah ich muss jetzt habe ich gerade herausgefunden dass ich die hier reinmachen muss nicht darauf schmeissen aber ich will mich auch nicht zu spoilern lassen wie das eigentlich funktioniert weil sonst das hat man ja keinen spass mehr am spiel ich nehme immer dort auf weissens wieder dort wo ich aufgehört habe jetzt erfahren wir wieder mit unserem krassen wmw ein 360 so wir sind da rübergekommen aber siehst du das für ein teil da vor uns so 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 guten tag ich fahre mal euch vorbei die krannungs jihau also so ist aber eher ein paar passagen finde ich gut ladedaten 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 so wir fahren jetzt mal hier lang mal schauen ob das stimmt das gute finde ich du kannst keine schwierigkeitsgrad einstellen bei diesem spiel so 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 die schleuse ist jetzt mit dem weg hier kann ich da irgendwo rauf kann ich da irgendwo rauf kann ich da irgendwo rauf so 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 Es wurde inzwischen bestätigt, dass sich ein Schörendes unter uns aufräumt. Jemand steht an den übelnenden neuen Einladen ein. Diese Klasse uns umregtiert nie das Neues. Mal schauen, was ich in der Kiste drin habe. Ich habe ja schon noch geladen. Ein Pistole. Scheiße, du. Ich habe die Energie. Ich habe den Kiste drin. So, so kann ich auch nichts nehmen. So, so kann ich auch nicht nehmen. So, so kann ich auch nicht nehmen. So, so...